Der Azo-Rohlog ist ein roboterbasiertes System zur automatischen Dosierung von Kleinkomponenten. Hierfür werden zunächst die Rohstoffe Bedienergeführt in die Dosier- und Lagereinheiten, kurz DLEs, eingefüllt. Die DLEs werden dabei über einen RFID-Tag eindeutig identifiziert und die eingefüllte Rohstoffmenge über eine Waage registriert. Anschließend werden die zur Produktion benötigten DLEs in die Roboterzelle eingeschleust. Dabei erfolgt erneut eine Identifizierung über den RFID-Tag. Außerdem stellt ein Kamerasystem sicher, dass die DLEs vom Roboter lagerichtig gegriffen und in das Regalsystem der Roboterzelle einsortiert werden. Vor der Freigabe eines Produktionsauftrags prüft das hauseigene Leitsystem Azo-Castor, ob die benötigten Rohstoffe in ausreichender Menge innerhalb der Roboterzelle verfügbar sind. Der Roboter bringt anschließend die erforderlichen DLEs gemäß der Rezepturvorgabe nacheinander zur Dosierstation, wo die benötigte Rohstoffmenge in das bereitgestellte Zielgebinde dosiert wird. Das patentierte Dosierorgan Azo-IDOS sorgt dabei für eine reproduzierbare, grammgenaue Dosierung gemäß der Rezeptur. Sollte eine Dosier- und Lagereinheit während der Dosierung leer werden, erfolgt automatisch ein Wechsel zur nächsten DLE mit demselben Rohstoff. Die Lagerverwaltung arbeitet dabei nach dem First-in-First-out-Prinzip und ermöglicht eine lückenlose Chargenrückverfolgung. Bei sichergestellter Rohstoffversorgung ist mit dem Rohlog eine 24-7-Produktion möglich. Nach der Einwaage aller benötigten Rohstoffe wird das Zielgebinde ausgeschleust und gekennzeichnet. Dies kann beispielsweise mit einem Klebelabel erfolgen. Die fertig befüllten Zielgebinde stehen danach unmittelbar für den nächsten Produktionsschritt bereit. Eine besondere Stärke des Systems liegt in der hohen Flexibilität. So können bis zu 42 Dosier- und Lagereinheiten im direkten Roboterzugriff gelagert werden. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit, weitere fertig befüllte DLEs außerhalb der Roboterzelle bereitzustellen. Durch eine Anbindung an ein automatisiertes Lager lässt sich die Kapazität des Rohlogs praktisch beliebig erhöhen. Rohstoffwechsel erfolgen einfach durch Ausschleusen der nicht mehr benötigten DLEs und Einschleusen von neuen DLEs mit den entsprechenden Rohstoffen. Die einfache Formgebung der DLEs ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung, die übrigens auch automatisiert in einer Industriewaschanlage erfolgen kann. Der Azo-Rohlog. Hoher Automatisierungsgrad bei maximaler Flexibilität. Azo. We love ingredients.